Alter... Ja, nice! Man kann denselben Doppelhock! Ich hab auf Max geachtet! Und wer macht den Doppelhock? Ihr habt den Doppelhock grad neu erfunden, dass euch... Ja! Möglicherweise, ja! Ich hab die Stelle richtig verkackt! Nein! Nein! Ich hab mich kurz mit der Kiste von Johnny verwechselt! Sieht das gelohnt? Ich wüsste es! Ich wüsste, dass du leider entstürzt! Danke! Ach, Mist! What came it? Warum sagst du Mist, wenn ich... Kiste? Nein, ich dachte, ich kann's mit der Kiste blocken! Komm schon! Eis-Strahl-Sieg! Eis-Strahl-Sieg! Nach unten, Richard! Du musst nach unten! Nein! Das muss ich! Ah, ich dachte, ich krieg den Hook! Ich bin unter dir, hab ich gesagt! Ich bin unter dir, hab ich gesagt! Unter deinem Ordnung! Wow! Mhm! Danke, Johnny! Du kannst dich auch bei Max bedanken! Für deine Mitarbeit! Max hat dich einfach grad vor meinen Hooko gerettet! Nein! Dafür töte ich dich! Ich bin alleine gestorben! Ich bin alleine gestorben! Aber das Ding wäre auch gekommen! Hätte ich überrollt! Ich hab vergessen, dass man ja springen muss! Nein! Ich dachte, der Boost würde einen nach oben machen! Ich hab direkt daran bekommen! Was? Wie viele Raketen kriegst du denn, bitte? Alle! Du musst nach oben! Wie ich dir vorhin schon gesagt habe! Ach, ich dachte, nach unten! Ah! Das war alles so die Vorbereitung! Oh Gott, ich will dich verrichtet lang! Hast du mal mit docken probiert? Wow! Hast du dich grad gedockt gehabt? Oh Gott! Was ist denn los? Nein! Ja Mist! Komm, du setzt das ein! Um Boost zu bekommen! Oh! Ja! Ich weiß, deswegen bist du... Du musst das nach hinten machen, wenn du Boosts hast! Ach wirklich? Deswegen! Der Ausdruck Ah Mist! Komm, du setzt das ein! Oh! 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 Du hast so ein Klinger in der Packe! Wieso hast du denn los? Oh! 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 Aber er macht sich zur Kiste... Oh, weg! Oh, er macht sich zur Kiste und rettet sich! Es funktioniert aber nicht in Ord nach assistir! Das mit der Kiste ist fantastisch! Der beste Charakter, den 안돼 ich ab! Habe ich denn kein Item? What the fuck?! Die Kiste war mega hart! Die Kiste hat öl. Das lag ganz unten drückend aus. Ja, alles mit dem, Richard. Alles mit dem. Nein, warum kriegst du denn noch einen? Ausbrenn sie, weil ich alles mitgenommen hab. Ach du, Kisten. Oh, ich hab... Oh, auf einer anderen Map, so einen Spikes. Ja. Wär's tot gewesen, Richard. What? Richard, helfe außerhalb der... Und jetzt war's das. Nice. Ah. Ja, Richard. Na, Max? Doppelblock? Ja? Nee, nee. Johnny. Ich nehm wieder eine Kiste. Du musst das schon ankündigen. Wuh! Wuh! What the fuck? Johnny, du brauchst einen Hook. Johnny, du hast echt einen Hook gebraucht. Ich dachte, wir machen den dreifach hochheb. Ja, ich hab nicht mitbekommen, dass das jetzt schon losgeht, weil ich fand die Stelle nicht wirklich sinnvoll. Ja. Wie bist du denn schon wieder so weit vorne, Richard? Ja. Ich hab dich doch gerade gehockt. Ja, aber auf nahe Distanz. Immer diese vereisenden Vereisungstypen. Wie leb ich denn noch? Ich gehst mich tot. Komm schon, Johnny. Komm schon, Johnny. Also hättest du den Weg, den du es nehmen möchtest. Ja, ich hätte drüben, aber das ist schwierig. Scheißstart. Warum? Ja. Komm schon. Nein! Nein! Ah, der war... Nee. Nein! Aber du hast vollen Boost, Max. So. Eins. Und Nook. Ach, Quatsch. Oh, nein! Komm auch nicht ran. Ich bin halt direkt an der Stelle, Kissen. Oh. Ja, du musst die Stelle auch besser nehmen, Richard. Das ist so. Oh. 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 Du kannst ja doch grad eisen. Richard. Jakob. Ist ja perfekt gewesen, um Max und Johnny zu eisen. Aber perfekt. Jetzt von denen besiegt wirst. Bist du selber schuld. Was? Ach Gott, der mit. Richard, komm schon. Nee, da bräuchte du mehr Boost. Oh. Da noch ein Stück Boost über hast. Das wär perfekt. Oh, Richard. Respekt. Ich hab ein Gedanke. Jakob, ich wär doch nie besiegt von denen. Soll ich Angst vor ne Kiste haben etwa? Oh, dort vorne ein Mann, der brennt. Der ist quasi schon tot. Ja, der rennt ja nur um sein Leben, weil er brennt. Ja. Aber wir müssen links. Also ich... Ah, die mehr. Aha, ihr könnt ja mal oben lang. Was? Das hat... Das hat... Das hat... Das hat... Das hat... Charlie. Ich verstaue den. Wie schön. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Was? Wie ging das wieder zu? Ich weiß es nicht. Ich frag mich, warum es offen war. Du musst Hilfe umlegen. Ich frag mich, warum es überhaupt offen war. Ja. Ja, der hat... Der hat jemand den Hippe vorher schon umgelegt hatte. Ach, da kann man sich das Rolldingen oder so. Mach ich. Le, weg noch mal. Auah. Wir haben uns alle getroffen, das finde ich gut. Oh, danke. Nö, mich nicht. Nein, ich hätte sliden können. Oh Gott, das ist ja das hier. 3-4 für aufheben sollen. Oh, ich mach unten lang. Weil ich hab's drauf. Krass. Das finde ich schon, weil ich auch so sehr unten da gekommen bin. Nein, nein. Partiestelle. Musik. Hier kann man übrigens oben lang. Oh, Mann. Nein! Der hinkt fest. Hey, jetzt ist er wieder offen gewesen und... Es ist so seltsam. Der Hebel oben ist... Hey, das ist der Waiting Room. Oh, es gibt... Es gibt... Es gibt zwei Hebel. Das ist mal geil. Ja. Der eine macht's zu, da... Also die Token jeweils. Ähm. Der eine macht, glaub ich, immer zu, der andere macht immer auf. Was? 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 Und da unten könntest du auch noch weiter... Was? Der Eisblock ging runter? Und hat gewonnen. Ich bin einfach zu... Das... Wow. Das ist... Ne. Ne. Also, ich dachte, ich kriege euch beide eingefroren, aber... Ne, ich hab sehr kurzer Hubs... Weg mit Kisten. Huh. Was seid ihr denn noch so schnell? Ein Kisten! Kisten! Ach, come on! Wie viel? Alle. Ja. Wuiiii! Ich hab doch... Ich hab doch... Ich hab doch... Ich hab doch... Wow. Also das musste echt nie sein, Richard. Ihr habt mit dem ganzen Eis angefangen. Ich hab nie was mit Eis gemacht. Außer ganz am Anfang. Wo der halt... Ja, der ganz am Anfang. Du bist ja Übeltäter. Ich kann nicht ahnen, dass ihr so ausatmet mit eurem Eis. Kisten... Kisten... Der Kisten... Den Kisten ausweicht in Games... Die Frage war, geht's nach rechts oder nicht? Ah, Abkürzung! Nein, ich... Ach, komm schon. Das ist keine Abkürzung. Wirklich. Nein! Ich hab noch eine Kiste bekommen. Ich hab noch eine Kiste bekommen. Ich hab noch eine Kiste bekommen. Bin ich da noch rein? Bup! Wir wollen mal auf, oder? Da ist ja keiner mehr hinter uns. Frag mich, ob man dort nach oben durchfährt. Das hab ich mich auch gefragt und dann... Das weiß ich nicht. Hab ich... Es gibt Fragen, auf die man einfach keine anfängt. Ach, fuck, fuck, fuck. Hier macht man's auf. Ah! Oh! Oh! Ich dachte, du machst das eher auf. Was? Oh! Gibt's auf einmal ne Kistenkrise, Leute! Oh! Oh, jetzt sind wir wieder bei der Eisgräße. Ich verstehe. ist aber auch nicht das nicht aufmachen wirklich ja ich habe das auch so probiert wir kommen doch hier die stelle wo ich diese stelle ich wusste nicht dass es das macht doch doch dieser kisten man was ich wollte zweimal grad bei den einstrahl aktiviert es ging nicht vollkommen umsonst sie abgebremst na ich wollte ihn nach hinten man geht sie jetzt nach rechts geht noch nicht nach rechts ist verkackt ich wollte mal da oben lang ja du musst die doppelgüter zeit heutzutage ja aber du kann man das dagegen machen man hockt und dukt sofort ja aber das was probiert als vielleicht zu langsam okay ich habe halt sofort drückt nachdem du mich hattest ja ja